Leute, ich bin's nicht. Ihr könnt echt rüberlaufen. Please don't kill me, please don't kill me. Ich wollte dich nicht schucken, Leute, ich wollte Steppen schucken. Auf zu tanzen. Oh nein, ich hab verkackt, ich hab verkackt. Weg hier, weg hier, weg hier. Aber Luca war zweimal drauf. Oh, liebe Leute, jetzt wird getötet. Hallo? Wie geil, wir machen das, wie geil. Wie ist das so schnell, Junge? Jawoll. Wie jung war ich denn jetzt geladen? Hey, wer ist mit wem? Ah, hallo. Komm, lass mal aufmachen. Ich hab einen Kreis mit Öffnung nach unten, einen Ball in der Mitte und einen Strich oben. Habe ich. Yes, nice. Sprintbewusst. Und sonst nix, oder was? Das ist toll. Die Umarm an sich oft, das mal auslosen. Sollen wir kurz reparieren? Ich hab jetzt mittlerweile schon so coole Promo. Ich hab mir so ne Epic Music Playlist von Spotify reingeklatscht, das ist einfach ein anderes Feeling. Das ist okay. Ohne Witz, das muss man machen. No one's done. Hey. I got the blue one. I got the blue one. I got the blue one. I got one left again. I got crack in my bag. Mach einer mit. Oh, ich hab ein Evidence. Noice, machst du mit mir die hintere Türe kurz? Geht doch gar nicht mehr. So. Oh nein. Noice, weil ich dachte grad, weil wir nicht mehr in den hinteren Raum reingekommen sind. Oh, schade. Also ich hör. Na meh. Luca? Ja? Es ist wie der Steffen. Ich küsste auf dein Herz, egal. Dieses Bananenreis. Couscous. Also ich... Tut mir leid, aber in der ersten Runde, was willst du da großartig sagen? Wer hat mich gewartet? AC Killer? Warum? Hier denkst du weird. Ich küsste Luca. Hier ist Bus. Hey! AC Killer! Hey Killer, was machst du, Mann? Komm mal her. Warum bist du so schlecht bei mir? Ja, wir machen das zusammen. Wir sind ein Team. Ey Luke. Ja? Wie machen wir das? Mit Geduld und Spuck, ja? Hängt man eine Muck? Ja, ich würd sagen, wir besorgen uns auf ganz entspannt die Waffen. Und hier gibt's auch Fallen, die du aktivieren kannst, damit ein Kronleuchter auf jemanden drauf fällt. Ja, Aula, ich habe einen Beweis und ich habe etwas zu verkünden. Die Namensliste hat sich nun auf drei Leute reduziert. Folgende Leute stehen auf der Liste. Neuss, Treffnix und Luca. Und einer von denen ist ein Imposter. Also... Der Steffen ist schon wieder drauf. Digga. Aber Luca war zweimal drauf. Aber Luca war zweimal. Rein aus meinem Gefühl heraus würde ich zwölf nichts sagen. Aber Steffen war letzte Runde auch drauf. Also rein aus dem Gefühl... Ja. Steffen war das letzte Mal beim Spielen fünfen... Wo ist Steffen? Ja. Da ist Steffen. Michi. Also rein aus dem Gefühl heraus würde ich sagen wieder Treffnix. Aber es kann natürlich auch sein. Müsst mir nicht glauben. Letztes Mal waren die beiden auch zusammen wieder Imposter. Okay, warte mal. Ganz kurz. Wir sind alle hier bis auf Ace-Killer. Wo ist Ace-Killer? Ja, er steht aber nicht auf der Liste. Der ist irrelevant. Der ist hier bei uns. Der stand aber auch für Ersten. Okay, Noisy hat mich auf jeden Fall mega auf dem Kicker. Ich laufe jetzt mal hier ins Casino. Da gibt es irgendwo eine Falle. Ich glaube hier an diesen Spielautomaten. Und da fällt nämlich dieser Kronleuchter runter. Und wenn da einer rein rennt, scheppere ich den sowas von weg. So. Guck mir da. Hier. Oh nein. Jetzt steht Michi da. Michi. Angst. Vorsicht. Vor wem? Ich stehe gerade an der Falle, wo ein Dinger runterfallen könnte. Da standest du gerade. Ich versuche die hierher zu locken. Ich hab die grüne Korte. So. Rein da in den Lachs. Ich glaube an der Stelle hier wird das nix. Ich weiß, dass ich den Kronleuchter vor dem Fahrstuhl manipulieren kann. Vielleicht kriege ich's dort hin. Immer schön. Rein da in den Lachs. Rein buttern, meine Lieben. So. Ich glaube hier geht's lang. Oh, warte. Den Feuerlöscher nehme ich mit. Bisschen Alibi. Hier ist auch eine Falle. Ich glaube das war irgendwo oben. Kann man das aktivieren? Vielleicht hier drinnen einfach. Ja, dahinten ist hier. Hallo? Hey, ich check das mit. Ich bin ja im Airlock. Ah, hier, hier, hier. Ich glaube hier, hier, hier. Der lucky Kornleuchter. Jawoll, da ist die Falle. Und ich glaube, ja, das ist der Kronleuchter. Perfekt. Ich würde jetzt hier einfach mal warten, bis hier einer direkt vor den Fahrstuhl rennt. Und dann macht's kabumm. Hey Leute, ich bin mit Chef Nix hier, ne? Wenn ich jetzt geairlockt werde, ihr wisst wer's war. Ach shit, jetzt war ich zu langsam. Jetzt hat gerade jemand die blaue Karte in den Fahrstuhl gesteckt. Mann. Das war ne doppelte. Deck, wer tanzt hier? Junge, hör auf zu tanzen. Oh nein, ich hab verkackt. Ich hab verkackt. Weg hier, weg hier, weg hier. Äh, aufpassen. Äh, was? Das war sehr close. Acekiller? Acekiller war das? Acekiller war das. Ah, aber der Kronleuchter... Das war nicht ich. Wirklich? Wow. Das war richtig. Oh ja, so muss das laufen. Leute bei... Ah! Lass mich rein. Wo? Wo? Hat der Lutz getötet? Nein. Ich lebe noch, aber... Jemand hat auch versucht den Kronleuchter auf mich runterzuwerfen. Luca, jemand hat versucht den Kronleuchter auf mich runterzuwerfen. Was für ein Kronleuchter? Kann ich ihn mal töten hier oben? Really? Am Fahrstuhl. Ich hab... Es waren... Es waren entweder Acekiller oder Treffnicks. Einer von beiden war's. Ich sag doch schnell! Ja, dann tötet ihn! Hebe! Hebe ihn doch fest! Ich lieg bewusstlos aufm Boden! Das Problem ist halt, ihr seid beide extrem sass, weil ich nicht gesehen hab, wer es von euch war. Bro, der Typ stand hier. Hey, ich hab die rote Keykarte, ich mach die Keykarte rein. Der Typ war hier. Wait, 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 stop. Stop chasing him, y'all. Stop chasing him. Stop chasing him. I wanna talk to him for a second. No, it's gonna happen. Du kannst das aktivieren, weil der Typ war hier. Keine Ahnung, ich weiß, dass du's aktivieren kannst, aber ich wusste nicht, dass du das weißt. I'm asking... I'm asking you one question. Direkt vor dem... Are you able to sabotage, while you were printing in the card? Yes or no? No. Ähm. Ich weiß... Ich weiß nicht, wo du das aktivieren kannst. You're literally just confirmed that you were the guy that tried to kill me. But I wasn't. I didn't. Aber sein... Aber sein Name... Aber sein Name steht nicht drauf. Aber sein Name steht nicht drauf. Nein. No Leute, ich find's wirklich nicht. Warum willst du mich? Ich hab Steffen gemacht. Weil einer von... Lutz ist es. Lutz ist es. Ich vertraue dem Vic. Ähm. Als Entschuldigung, dass ich dich geschuckt hab. Okay, das kann man auch ankündigen. Das war ne liebevolle Umarmung. Ich lauf... Ah. Leute, ich bin's nicht. Ihr könnt echt rüber laufen. Gib mir einen Grund, warum ich dir diese Runde glauben soll. Ich glaub halt nicht. Ich hab mich gefallen lassen. Wo warst du grad eben, als der Kronleuchter runtergefallen ist? Ähm. Auf der anderen Seite, wo Ace Killer war. Und ich hab's gehört und bin wieder umgedreht. Okay. Deswegen hab ich gefragt... Please don't kill me. Please don't kill me. Please don't kill me. Please don't kill me. Ja, Trevnix ist es, Digga. Up. Up, Digga. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hey, Luca und Lutz sind... Nein, 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 nein. Okay. Luca und Lutz. Okay. Let's fucking go. Genau, du hast doch gehalten, Digga. Und dann lässt du diesen Ace Killer runterfallen. Ja, ist halt nicht. Oder er ist es. Ne. Ja, ne, aber... Er hätte ja auch drücken können, ohne dass wir's merken. Aber er hat doch grad die Hand weggenommen, als die Brücke runter ist, oder nicht? Ja, aber das passiert, wenn jemand anderes auch drückt. Wenn die Connection losgeht. Steh nicht so sassi hinter mir, Digga. Sorry. Halt Abstand. Ein Meter. Also ich vertra... Der ist tot, 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 tot. Der hat ja den einen grad getötet, den Ace. Unser Vertrauen hier ist gerade auf Grundeis gelegt und wir sind kurz davor zu sterben. Luca, du musst rüber. Ich geh noch Sauerstoff auffüllen und dann müssen wir uns zusammenreißen. Komm rüber. Ja, laufen wir zusammen, oder... Ne, ich lauf... Okay, es ist Lutz. 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 Aber Michi hat mich nicht fallen lassen. Warte, du musst es ein bisschen weiterspüren. Dann mach mir auch an. Ja, es sei denn, wir sind's alle. Warte, warte mal. Das können nicht drei Leute sein. Ja, nein. Aber was ist, wenn wir alles Überlebende sind? Einer von euch muss rüberkommen. Luca, komm bitte rüber. Dann... Also... Bitte. Nein. Also ich schon geschnitten war's, aber ich weiß nicht, wer der Zweite ist. Also... Deswegen, ich will die Listen hol, dann wissen wir's. Aber was ist, wenn wir alle schon Dinger-Resistant sind? Wo ist die Liste? Dahinten. Wo ist da hinten? Da auf der rechten Seite, da drüben. Aber... Wo ist... Siehst du die Spritze noch? Hier ist... Hier ist keine Liste. Ja, ich schwör. Hier in diesem Raum... Mach die Brücke auf, ich komm rüber. Mach die Brücke auf, ich komm rüber. Hallo. Du kleine F***er. Du kleine F***er. Nur die letzten Worte, du kleine F***er. Du kleine F***er. Schlecht. Einfach Fleischlecker. Oh nein, sorry, Alter. Sorry. What's? Ich hab dir ganz Zeit gesagt. Teufel.